Wir sehen hier 51 hochmoderne und effiziente Bautrocknungsgeräte. Diese arbeiten nach dem Kondensationsprinzip und entnehmen aus der Luft Feuchtigkeit. Diese Geräte kommen zum Einsatz, wo eine permanent zu hohe Feuchtigkeit vorherrscht. Aber auch bei Wasserschäden oder bei Rohrbrüchen können diese Geräte eingesetzt werden, um Stock- und Schimmelflecke nachhaltig zu verhindern. Diese Geräte arbeiten nach dem Kondensationsprinzip. Feuchtigkeitsgeladene Luft wird an der Geräterückseite angesaugt und die Feuchtigkeit wird in den Sammelbehälter abgegeben. So können wir in Räumen oder Gebäuden die Luftfeuchtigkeit dauerhaft senken. Bei Rohr- oder Wasserschäden kommt es darauf an, dass es schnell geht. Nur so lassen sich Schäden an Ihrem Gebäude oder Inventar verhindern. Rufen Sie uns an. Wir sind innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen und führen eine fachgerechte Trocknung durch.